Wir von WUUM glauben fest daran, dass Fahrräder Leben verändern können. Und wir sind davon überzeugt, dass kleine Dinge auch Großes bewirken können. Wie diese Klingel hier. WUUM gibt es jetzt seit sechs Jahren. Es waren sechs sehr ereignisreiche, aufregende und spannende Jahre für uns. Wir haben gemeinsam sehr viel erreicht und wir haben zusammen noch sehr viel vor. Deswegen ist es jetzt zum Jahresende unser Wunsch, etwas zurückzugeben. Wir wollen gemeinsam mit euch einen Beitrag leisten. Über Freunde und Kontakte aus der Fahrradbranche sind wir auf die Hilfsorganisation World Bicycle Relief aufmerksam geworden. Und was die machen, ist richtig, richtig klasse. Deshalb haben wir uns die Spendenaktion Bells for a Better Life ausgedacht. Und damit unterstützen wir World Bicycle Relief. Es werden weltweit Menschen in ländlichen Entwicklungsregionen unterstützt. Mit einem Fahrrad, was direkt auf ihre Bedürfnisse entwickelt wurde. Dieses Fahrrad heißt Buffalo Fahrrad. Und diese Idee, Menschen mit einem Fahrrad auszustatten und ihnen somit die Möglichkeit zu geben, aus eigener Kraft, aus der Armut zu entkommen, das hat uns wahnsinnig gut gefallen. Mit diesen Buffalo Rädern erreichen Schüler und Schülerinnen, die teilweise sehr weit weg von Schulen wohnen, die Schule schneller, sicherer und viel weniger erschöpft. Dadurch nehmen sie häufig am Unterricht teil, sind konzentrierter und verbessern auch ihre schulischen Leistungen. Von jeder Fahrradgegel, die wir in unserem Onlineshop von 1. November bis 24. Dezember 2019 verkaufen, Spenden wir den reinen Erlös an World Bicycle Relief. Und wenn ihr auch an die große Kraft der kleinen Dinge glaubt, dann macht mit bei unserer Spendenaktion und lasst uns gemeinsam klingeln.